hallo meine freunde da bin ich wieder ja ich habe ja gestern mit meinem sohn wieder schach gespielt und war mir eigentlich auch ziemlich sicher dass ich das ding gewinne hat nicht ganz geklappt so würde ich sagen ja er ist heute zu hause ihm geht es heute nicht so gut hat ein bisschen halsschmerz und ein bisschen husten und dachte ich mir oder was dann können wir ja mal eben eine kleine runde spiel eine kleine revanchepartie und ich schaue mal aber schon soweit ist ein moment und dann kann es gleich losgehen das ist gegen computer das wollen wir ja nicht spielen ja er ist noch nicht online ist den rechner erstmal hochfahren aber gut dann wird das wohl gleich klappen dann muss papa sich jetzt mal ein bisschen mehr anstrengen hier weil so geht das ja nicht mehr weiter dass ich da von ihm immer ständig die hucke voll kriege so aktualisiert die seite noch mal einmal ich mach mal einfach normalerweise müsste aber eigentlich sofort kommen da ist da ist er ja auf geht's so dann wollen wir mal schauen dann wollen wir mal gucken so ein bisschen leiser machen sondern auf vollgas so ja ja so ja 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 Ja, wolltest du gleich deine Dame wieder opfern? Ja, da sind wir beide eigentlich recht schmerzfrei. Aber ich habe gerade, weiß ich nicht, ob ich jetzt die Dame schon wieder so schnell wegschmeißen soll. Ich überlege gerade, ob ich das riskieren soll. Ich überlege gerade, ob ich die Dame schon wieder so schnell wegschmeißen soll. Ich überlege gerade, ob ich die Dame schon wieder so schnell wegschmeißt. Ich überlege gerade, ob ich die Dame schon wieder so schnell wegschmeißen soll. Ich überlege gerade, ob ich die Dame schon wieder so schnell wegschmeißen soll. Ich überlege gerade, ob ich die Dame schmeißen soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss jetzt mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Ob das überhaupt läuft, einmal schauen. Wie gesagt, ja, läuft alles, okay. Wenn ich immer zwischen den Browserfenstern halt hin und her zappe. Und irgendwie mag die Software das halt nicht. Wenn man das so oft macht, dann war es das meistens so. Jetzt überlege ich gerade. Ähm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe zwar einen ganz anderen Plan, aber irgendwie ist das doch gerade ein bisschen blöde. Das ist gerade wieder ein bisschen blöde. Normalerweise muss ich mit dem Turm wieder runter, weil sonst macht der mich matt, oder? Ein Moment. Moment, ich schau mal, ich riskiere das mal. Ich schau mal, ich schau 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 mal. Na, hast du jetzt nicht aufgepasst? Hast du jetzt nicht aufgepasst? Hast du jetzt nicht aufgepasst? So, dann wollen wir mal schauen, ob wir das Ding jetzt doch gewinnen. Ja, ja, normalerweise muss ich ihm eigentlich den Turm weghauen jetzt. Ja, muss ich. Der muss weg. Der muss weg. So, dann stellen wir mal, dann stellen wir mal uns hier hin. Und dann stellen wir mal uns hier hin. Und dann stellen wir mal uns hier hin. remis akzeptieren ja ja er hat mich ja gestern auch einfach so weggeflext aber sagt ja papa ist ja mal nicht so remis anbieten ja ja aber die revanche hätte ich auf jeden fall gewonnen ihr seht wie gesagt er hat nur drei bauern und wie gesagt ich bringe ein bauern durch holen wir jetzt noch ich würde sogar zwei bauern durch kriegen und aber wie gesagt alles gut da kann ich womit leben das ist okay so blendet er jetzt diesen müll schon wieder ein so machen wir uns mal rein so alles klar ja schönes spiel und macht immer wieder spaß macht immer wieder spaß so okay dann lassen wir das mal so stehen und ich hoffe es hat euch soweit spaß gemacht die rückrunde zwischen uns beiden und ja auf jeden fall klasse auf jeden fall klasse so dann schließe ich für heute auch wie gesagt macht die videos soweit fertig und lade die hoch und wünsche euch viel spaß beim schauen und bis die tage macht's gut ciao bis jetzt tage montag fahrg rückrunde fahrg rückrunde fahrg rückrund Bis zum nächsten Mal.